So Leute, und weiter geht's hier bei Alien Isolation. Wir müssen irgendwie den Aufzug aktivieren. Dafür brauchen wir... Oh nein, Fehler. Na komm. Wir müssen uns in verschiedenen Welten bewegen. Ihre ist voll von Hochrechnungen und Schätzungen. Meine verfügt über eine Vorstandsetage und 8000-Dollar-Anzüge. Es läuft auch folgendes hinaus. Ich muss mich ums Geld kümmern, mein Freund. Ich hab sie angestellt, weil sie am günstigsten waren, nicht am besten. Finden Sie einen Weg, die Kosten zu senken, okay? Nur zum Ende. Okay. Wir senken die Kosten. Habe ich im letzten Part... Habe ich bei dem... da hinten bei dem einen Androiden? Habe ich da irgendwas aufgesammelt? Was ich, äh... für den Aufzug benutzen kann, oder? Ich weiß nicht, ey. Aber wahrscheinlich nicht, weil... so einfach... So einfach wird das nicht sein. Hier ist noch... noch ein Büro. Oh, da kann ich speichern. Das ist ja gut. Das ist ja schön. Schön zu wissen. So, was haben wir denn hier? Apollo-Kern. Neubleib dieses Apollo. Hier ist ein Fehler. Audio-Fehler. Und hier ist auch Fehler. Fehler sind immer gut. Was habe ich gerade eben gehört? Wann ist das, ihr Leben? Das musste wahrscheinlich geschehen, aber... Das war deine Idee, nicht meine. Alter. Jetzt habe ich Angst. Da sind wahrscheinlich die Leute unten. Ich bin froh, dass ich euch gefunden habe. Ich meine, wenn die so laut schwätzen, werden die ganz sicher drauf gehen. Ja. Hundertprozentig. Was habe ich denn hier jetzt? Mann. Hier, ich... Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich hin soll. Und ich will noch nicht speichern, weil... Dann müsste ich die Folge beenden. Das meinte ich. Leute, ich denke mal, die Folge wird ziemlich kurz sein. Weil ich muss jetzt hier speichern. Ich habe schon zwei Folgen lang nicht gespeichert. Deswegen tut mir ja sehr leid, aber... Ich muss das jetzt machen. Sonst können wir hier überhaupt nicht weiter. So, dann... Macht das gut. Und wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Mit dem Alien. Wie wir gerade eben gehört haben. Tschüss.